Rekord-Herausforderer Nummer 2 und das ist er. Ahmet wärmt sich auf. Ohne Meditation und sofort abrufbare Konzentration geht gar nichts. Nur so kann er mit dem Kehlkopf Eisenstangen verbiegen, mit der Stirn Bierflaschen öffnen oder Gasbetonsteine zerbrechen. Aber der härtesten Herausforderung stellt sich der gebürtige Algerier hier und heute. Ich heiße Ahmet Tafzi, ich bin 49 Jahre alt und ich werde meinen eigenen Wettrekord brechen. 44 Wassermeloner mit dem Kopf in einer Minute. Dickkopf trifft auf kühlen Kopf. Ein Riesenapplaus für Ahmet Tafzi. Bonjour, guten Tag, ça va, merci. Schauen Sie mal auf seine Trainingsjacke. Ahmet ist aus Algerien. So, Ahmet. Ja. Melonen mit dem Kopf zerschlagen. Wem tut das mehr weh, Ihrem Kopf oder den Melonen? Alle beide. Alle beide? Ja. Wie übt man denn sowas? Naja, es geht mehr oder weniger Meditation und Konzentration, auch für Rückenmuskulatur und Nackenmuskulatur, also Fitnesstraining auch. Was bedeutet Meditation? Wohin beamen Sie sich? Also das heißt, wenn wir richtig mal konzentrieren, ruhig mal schön ein- und ausatmen und alles so vergessen und gar nicht denken und man baut die Energie, wo man arbeitet praktisch. Gut, dann würde ich Sie, Ahmet, bitten, vor zum Start zu gehen. Da steht auch schon Ihre Assistentin, sich vorzubereiten. Wir kommen ganz langsam hinter Ihnen her. Iva und Ben, unsere Guinness-Rekordschiedsrichter. Und Iva wird mal sagen, welche Regeln es zu befolgen gilt und wann dieser Rekord als geschafft gewertet werden kann. Ja, also Ahmet, wir versuchen mindestens 44 Wassermelonen in einer Minute mit dem Kopf zu zerschlagen. Jede Melonen müssen mindestens 4 Kilogramm wiegen und über die Hälfte angebrochen sein. Gut. Und er darf natürlich nur seinen Kopf dafür benutzen. Gut. Fassen wir zusammen. Mindestens 44 Wassermelonen in einer Minute mit dem Kopf zerschlagen. Sie müssen mindestens bis zur Hälfte gespalten sein. Und er darf nur den Kopf dafür benutzen. Ich sage noch einen schnellen Satz zu dem Thema Melone. Der botanische, der lateinische Begriff ist Citrullus lanatus. Und die Rinde kann bis zu 4 Zentimeter dick werden. Sie sehen das hier bei unserem Versuchsaufbau. 51 Wassermelonen-Gegner warten jetzt auf Ahmet. Ahmet, Ahmet konzentriert sich, versetzt sich in einen Rekordzustand. Wenn Ahmet den Arm hebt, dann weiß ich, er ist bereit. Und dann startet der Rekordversuch Nummer 2. Das Mädchen daneben ist eine Assistentin, die einfach nur dafür sorgt, dass die Melone richtig liegt. Wenn die Melone richtig liegt, sind Sie bereit, Ahmet? Rekord Nummer 2. Auf die Plätze. Fertig. Los! Auf die Plätze. 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 Noch 30. Noch 15. Ein Riesenapplaus, beinahe, für Ahmet Tafzi. Wir sind bei 29. Wir müssen gar nicht groß kontrollieren. Na, Ahmet. Ja. Woran hat es gelegen? Kann ich sagen, das ist ein Unterschied. Wassermelonen gibt die sehr reif. Und es gibt auch die, also ich weiß nicht. Da steckt man nicht drin. Vielleicht waren jetzt die mit der besonders harten Schale, keine Ahnung. Wir haben die ganz normal gekauft. Wir haben denen auch nicht vorher gesagt, macht euch hart. Da kommt ein Algerier, die müssen wir morgen im Fußball schlagen. Toller, super Versuch, super Sportler. Riesenapplaus und Dankeschön. Möge morgen der bessere gewinnen. Danke. Vielen Dank. Morgen. Ciao. Dankeschön. Danke. 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 So. Ja. Iva Ben, ist halt so. Manchmal gelingt es nicht. Ja. Wenn ihr solche Sachen macht, gibt es dann manchmal auch richtig großen Diskussionsbedarf, dass Rekordherausforderer dann anfangen mit euch Geschäftchen machen zu wollen, dealen zu wollen, dass das vielleicht doch gilt? Ja, also das passiert es. Aber am meisten verstehen sie, das hat nicht geklappt. Das war jetzt auch sehr eindeutig. Also er hätte 44, wir sind bei 29. Da braucht man gar nicht zu gucken, ob die 29 auch wirklich alle durch sind. Was ich erstaunlich finde, guck mal, da ist eine gelbe dabei. Ja. Habe ich ja noch nie gesehen. Unterschiedliche Wassermelonen, ja. Unterschiedliche Wassermelonen. Es ist aber nicht die Nummer 13, Tom. Lauf mal zur Nummer 12. Guck mal, eine gelbe Wassermelone ist eigentlich eine Ananase im Kiwi-Kostüm. So, sehr gut. Okay, jetzt, wenn ich Ihnen zeige, worum es im nächsten Versuch geht, kann ich an dieser Stelle auch nochmal gleich darauf hinweisen, dass sich sowohl Iva als auch Ben, also sprich die beiden Schiris von Guinness, natürlich darüber freuen, wenn es immer wieder neue Rekordangebote gibt. Denn davon lebt ihr, das braucht ihr, dass Jungs, Mädels sagen, wir haben uns was Verrücktes ausgedacht. Was muss denn ein Versuchsaufbau beinhalten, damit ihr sagt, jawohl, das könnte ein Rekord werden? Was muss dabei sein? Okay. Also, wir haben vier Großkriterien. Also, jeder Rekord muss zerbrechbar sein. Ja. Vermessbar. Also, wir müssen sagen, okay, das können wir vermessen. Ja. Wie hier zum Beispiel. Ja. Ja. Was haben wir noch, Ben? So, measurable, standardizable, breakable, verifiable as well. Und das klingt besser auf Englisch. Ja. Okay. Sie haben es verstanden. Ben, sagts nochmal, warte. So, the four criteria we have are that the records must be measurable, so we have to be able to measure it, either in the number of melons or the meters traveled. Also, nachzählbar, ja. The record has to be verifiable, so we have to be able to check that the record has been done properly. Ja. It has to be breakable, so somebody has to be able to attempt the record again. Ja. And it has to be standardizable, so that people can attempt it under the same conditions. Okay. Also, der Rekord muss immer so sein, dass ein anderer Herausforderer ihn übertreffen oder unterbieten kann. Ja. Und dann muss es unter Bedingungen stattfinden, die man wiederholen kann. So. Und das wird der nächste Rekord beweisen, den gab's so noch nie. Er hat mit T-Shirts zu tun. Und der junge Mann, der sich da ranwagt, wird seine Mitstreiter im wahrsten Sinne des Wortes nackig machen. Gut. Im nächsten Song bei uns im Wir sind Achtelfinale großer Rekorde Fernsehgarten werden Bilder beschrieben, die von Wölfen, Löwenzahn, Tiefsee, Rosmarin und Grillen handeln. Aber eigentlich geht es immer nur um die Liebe. Und so klingt das Ganze dann. One for me Premiere im Fernsehgarten für Eisenhower. Alright, ich weiß noch! We'll follow like! Eish ito! риг拜 Untertitelung des ZDF, 2020